Wir sind live, 14 Stunden, hier aus Europas modernstem Nachrichtenstudio. Was ist heute wichtig? Ab 6 Uhr geben wir Ihnen einen Überblick in die Welt am Morgen. Wenn sich der Nachrichtentag entwickelt, sind Sie in Weltnews-Lumen dabei. 12 Uhr, die Welt am Mittag fasst das Tagesgeschehen zusammen. Außerdem Interviews zu den Top-Themen und ein Blick an die Börsen. Weiter geht's um 14 Uhr mit Weltnewsroom. Unsere Reporter sind vor Ort, wir erklären Zusammenhänge und Experten ordnen ein. Ab 17 Uhr bringen wir Sie in die Welt am Abend auf den aktuellen Stand, auch für das, was morgen richtig sein wird. Es ist unser Tag, die neue Livestrecke hier bei Welt.